Hallo, ich begrüsse dich ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar, wie du im Titel schon gelesen hast, gibt es heute ein Schminksammlungsvideo. Das haben sich so viele gewünscht. Ich weiß gar nichts, fast jedem zweiten Video hat sich nur um eine Schminksammlung gedreht. Und ja, nach langer Zeit habe ich es endlich geschafft, es abzudrehen. Und das ist jetzt noch mal mein alter Hintergrund. Also in ein paar Wochen wirst du wahrscheinlich schon meinen neuen Hintergrund sehen. Warum, wieso, weshalb kommt in einem separaten Video. Und ja, da würde ich sagen, ich wünsche dir viel Spass dabei. Ja, so sieht meine Schminkheke von weitem aus. Und ja, ich weiss, es sieht sehr viel nach Kosmetikkram aus. Ich bin selbst noch unzufrieden mit meiner Ecke. Aber da wir bald umziehen, hoffe ich, dass ich meine Schminkheke dann nach meinen Wünschen einrichten kann. Weil jetzt in dieser Wohnung kann ich leider meine Schminkheke nur so einrichten, wie du jetzt hier siehst. Weil einfach Platzmangel ist. Ja, dann werde ich dir mal zeigen, was jetzt in diesem Bereich so ist. So, ich habe hier einfach mal meine Tüten, die ich von Cosnova mal zugeschickt bekommen habe. Ich habe gedacht, als Deko sieht es noch schön aus, auch diese Dior Tasche. Dann habe ich hier noch meine Parfums. Hier habe ich Victoria's Secret Body Lotion und ein Playboy Body Lotion. Hier habe ich so kleine schwarze Haargummis drin. Dann befindet sich hier Parfümproben. Hier Deo Body Spray. Und ja, hier habe ich noch Haarnadeln. Dann hier ist eigentlich nichts mehr Spezielles drin. Und hier habe ich noch Nagellacke. Und ja, was habe ich noch? Hier habe ich einfach noch, wie sagt man, Moroccan Oil und Macadamia Oil. Eine Serie. Dann habe ich hier noch Back to MAC. Dann habe ich hier noch, wie sagt man, ähm, Beauty Sponge. Und ja, hier habe ich einfach alles für meine Kamera. Hier habe ich Cremes, Krams drin. Ähm, ja. Hier habe ich einfach meine Handyfühlen. Michael Kors und mehrheitlich Louis Vuitton. Ja, das sind das, was ich jetzt hier drin habe. Ansonsten ist es wirklich nichts Spezielles. Einfach noch Bürokram. Ja. Dann kommen wir hier hin. Da habe ich meine Parfumsammlung. Ähm, ja. Ich werde jetzt nicht alle einzeln durchgehen, weil sonst das Video einfach viel zu lange wird. Und das wollen wir ja nicht. Ja, dann kommen wir zu meiner Alex Kommode. Und zwar habe ich hier in der obersten Schublade habe ich alles, was mit Highlighter zu tun hat. Wie zum Beispiel von NYX habe ich, oder NYX, MAC Cream Color Base, von P2, ähm, Tarte Amazonian Clay, die neuen von Essence, ähm, Lioelli. Dann habe ich noch Kiko und Benefit. Dann habe ich hier hinten, ja, so Drogerie-Produkte, wie zum Beispiel Rival de Loup, Alverde, Essence, Catrice, Kiko, MUA. Dann habe ich hier noch der Balm, Milani, Smashbox, P2 Benefit, Alverde, Essence, Dior Chanel, Kiko, Benefit, MAC, ja, sind einfach all meine Highlighters. Und, ja, da habe ich recht viele. Und ich habe auch vieles ausgemistet. Und, ja, das sind jetzt einfach die, die ich noch öfters benutze. Dann kommen wir zum nächsten Fach. Und, da habe ich eigentlich Bronzer drin. Ähm, ich habe jetzt auch ausgemistet. Ich habe jetzt noch, ähm, Mac Wonder Woman, das ist jetzt Dior, hier sind Mac, The Balm, Nars, Too Faced, The Balm, Terra de Sol, Physicians Formula, Catrice, Benefit, W7, ähm, ja, Maybelline, Sleek, Bourgeois, Kiko, Alverde, Rival de Lube, ja, sind einfach diese Sachen. Dann in der dritten Schublade befindet sich, eigentlich Lidschatten, alles so Monolidschatten. Hier habe ich Chanel und Dior, ähm, Estee Lauder, Lancome, MAC, das sind jetzt Dior. Dann habe ich hier noch Sisley, Sisley, oder wie man das ausspricht, YSL, Makeup Studio, Chanel, Manhattan, Rival de Lube, Essence, hier noch eins von MAC. Dann habe ich hier eigentlich alles P2. Und hier unten sind mehrheitlich alles von Catrice. Jetzt geht es dort hinten. Da habe ich auch noch ein paar einzelne. Dann in der vierten Schublade befindet sich Blushes. Hier eigentlich Drogerie-Blushes. Ich habe mehrheitlich Kiko Blushes, Sleek, Beauty UK, Positions Formula, Milani, Catrice, Essence, Rival de Lube, Manhattan, und weiß ich was alles. Also ich zeige euch jetzt nicht alles ganz genau, weil ich finde, es ist einfach viel zu viel. Und das würde einfach den Rahmen sprengen. In der fünften Schublade habe ich dann noch mehr Blushes, aber high-end. Ich habe hier von Clinique, dann habe ich hier, wie sagt man, Chanel und Dior, dann YSL, MAC, mehr Clinique, hier habe ich MAC und Benefit noch drin. Dann habe ich hier noch Urban Decay, hier MAC, das sind mehrheitlich Chanel und Dior, da habe ich noch Lancome, Estee Nars, Estee Loader, hier Benefit, Nars, Tarte, Amazonian Clay und noch ein Miniatür an Dior. Dann habe ich hier hinten noch mehr MAC Blushes. Dann kommen wir zu der sechsten Schublade und da befindet sich meine high-end Produkten, also zum Beispiel Lippenstifte und ja, hier habe ich mir heitlich MAC, Lime Crime, Burberry, was ist hier, das ist glaube ich noch YSL, genau YSL, dann habe ich hier noch Benefit, dann habe ich hier noch Lancome, Burberry, Clinique, Estee Lauder, Lancome, Gurgla, Dior, hier habe ich noch mehr Dior, hier sind Primers, ich habe hier Estee Loader, Kiehl's, L'Oreal, MAC, Benefit, Kiko, Smashbox, YSL, Laura, Monsieur, Catrice, P2 und noch mal Smashbox. Dann hier unten habe ich noch mal Primer, Kloche, P2, Benefit und noch ein Foundation von Max Factor. Und dann hier hinten befindet sich eigentlich alles MAC-Lippenstifte, hier habe ich noch Foundations, was ich sehr selten verwende. Ich habe hier Foundation von Chanel, von Benefit, Catrice, Essence, dann habe ich einfach noch zwei BB Cream, das war von Garnier und Smashbox. Dann kommen wir zu der siebten Schublade und hier befindet sich noch mehr Lippenstifte. Und zwar habe ich hier alles Drogerie-Lippenstifte. Also hier habe ich zum Beispiel Kiko, hier habe ich NYX, Catrice, Rival de Loup, Rima London, Wet and Wild, Manhattan, P2, alles Catrice, hier alles P2, hier Maybelline, L'Oreal, Astor, Revlon, ja, dann hier noch Essence, hier noch Revlon Lip Butters. Dann zum achten und zweitletzten Schublade, hier kommen Paletten und ja, da habe ich auch einiges ausgemistet. Hier habe ich Sleek, Kiko, Kiko, Alverde, Kiko, Essence, MAC, MAC, hier hinten habe ich noch, hier hinten habe ich noch, Rival de Loup, dann hier ist Catrice, hier noch Essence, MUA, Madeleine, Manhattan und NYX, hier sind Dior Paletten bis hierhin, nein, eins ist noch Chanel, ich glaube die vorderste ist Chanel, dann habe ich hier MAC, Estee Lauder zweimal, NARS, Dior und hier unten ist noch ein Smashbox, dann habe ich Wet and Wild, dann zu der letzten Schublade und hier sind auch wieder Paletten drin und da habe ich einfach ein bisschen grössere Paletten, wie zum Beispiel MAC, das ist auch wieder MAC, dann habe ich hier noch Urban Decay, hier eine Palette, was, ja, was ich jetzt selbst zusammengestellt habe und zwar befindet sich hier Lancome, das ist glaube ich beides von Lancome, ja beides Lancome Paletten, einmal die Queens und einmal die Quattro Palette, die habe ich geschenkt bekommen, ist eigentlich, wie sagt man, ein Tester, aber ich habe sie jetzt so geschenkt bekommen und finde sie so ein bisschen praktischer, weil ich sie einfach selbst zusammenstellen konnte, ja, dann habe ich noch von BH Cosmetics, hier sind noch, nochmals Lancome und Estee Lauder, hier YSL, dann habe ich hier noch, nochmals von Lancome, nein, Estee Lauder Palette, habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen, hier unten habe ich noch MAC, Kiko und NYX, glaube ich, ja, ja, dann habe ich hier noch Too Faced, Bobby Brown, nochmals Bobby Brown, und, ja, dann habe ich hier einfach mehrheitlich Too Faced und Essence, noch Urban Decay, Catrice, ja, dann kommen wir zu diesem Regal hier, da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, weil es einfach zu viele Pinsel sind, ja, das sind alles Pinsel, von oben bis unten, alles nur Pinsel, hier habe ich auch noch Pinsel, ja, dann kommen wir eigentlich zu meinem Schreibschminktisch, in Anführungs- und Schlusszeichen, hier habe ich eine Seife von Prada, die habe ich geschenkt bekommen, dann habe ich hier drei YSL Lippenstifte, da ist ein Shimmer Body Lotion von Janelle Chance, Chanel Lip Butter, Chanel Soledetain de Chanel Bronzer, Chanel Lippenstiften hier, dann habe ich hier noch Victoria's Secret Body Mist, also Body Spray, auf gut Deutsch, dann hier die Boxen sind von Benefit, Bourjois Bronzer, dann habe ich hier IOS Lip Balms, dann habe ich hier drin Primer in Döschen, Primer in Stiftform, und dann habe ich hier noch Augenbrauen-Zeugs, dann habe ich hier, hier hinten habe ich noch einen Chanel Concealer, dann habe ich hier auch alles wieder Augenbrauen-Sachen, hier Concealer, ich habe auch wieder groß ausgemistet, also es sind immer noch viele, aber ich habe die behalten, die ich gerne mochte und noch ein Tutorial dazu drehen wollte, dann habe ich hier nochmal Body Spray, Schuhe, Mura, Eyelash Curler, Wimpernzange, dann habe ich hier noch das Leak, also von Urban Decay Oil Control Makeup Setting Spray, dann habe ich hier einfach, was ich täglich benutze, ich habe, also täglich, ja, fast täglich, ja, da habe ich einfach mal die alltäglichen Produkte, MAC Concealer, Pain Pot in Soft Ochre, mein Highlighter, Ton, dann Concealer Setting Powder, dann Catrice Puder, Elf, Contour & Blush, ähm, Duo, ja, mein Lip Liner, und ich weiss, was ich alles, hier habe ich noch mehr Paletten, hier habe ich von Urban Decay, ähm, Lorac Pro 2 Co, Lavish, äh, Lorac Pro 1 und 2, dann habe ich hier einfach noch Mascara, äh, Liebenstifte, die ich täglich verwende, mein Concealer, die ich täglich verwende, hier noch ein Plastik, was ich sehr gerne und auch fast täglich verwende, mein Augenbrauenpuder, die jetzt hoffentlich mal bald alle geht, ja, dann habe ich hier noch mehr Paletten hinter diesem Strauch versteckt, ähm, da habe ich noch von Sigma, weiss nicht mehr, irgendetwas mit Paris Palette, dann habe ich hier noch Smoked Palette von Urban Decay, dann habe ich, ähm, Urban Decay 1, 2 und 3, dann habe ich hier noch Lorac Unzipped Palette, und hier unten noch The Balm Nude Tude Palette, dann habe ich noch Too Faced Chocolat, äh, Chocolat Bar Palette. Dann kommen wir wieder runter, da habe ich zweimal Too Faced, ähm, Heart Blush, äh, Heart Blush, ähm, ich finde, die sehen, wo, einfach süß aus, in Herzform, und dann einfach das Produkt, so sehen die aus, ich finde es einfach total süß, und, ja, ich möchte eigentlich noch die dritte Farbe, aber irgendwie ist die immer auch so gekauft, wenn ich sie haben will, deshalb habe ich jetzt momentan nur zwei, und mit diesen beiden bin ich auch total zufrieden. Ja, dann habe ich hier noch, ähm, zwölf YSL Lippenstifte, also Volupt Shine und normale Volupt, dann habe ich hier noch mehr YSL Lippenstifte, Sheer Candy hier hinten, dann habe ich noch, ähm, Thermal Sprays, ja, dann ist eigentlich nichts mehr Spezielles. Dann habe ich hier in diesem Fach noch Puder, da habe ich einfach noch Chanel Puder, Benay, Manhattan, Rimmel, Astor, Benefit, Clarage, äh, Nars, Smashbox, MAC und das weiss ich alles noch. Dann habe ich hier in meinem Schubfach, was eigentlich für die Tastatur gedacht war, habe ich hier noch, nochmals Monolidschatten, was dort nicht mehr reingepasst haben, und seit ich die jetzt hier so hingetan habe, verwende ich sie eigentlich ein bisschen öfters. Dann habe ich hier noch mehr Paletten, ähm, hier unten habe ich noch ein Fach, dazu will ich noch ein Video drehen über L'Oreal Produkte, also ein Market Tutorial, und ja, dann dort unten habe ich falsche Wimpern, hier habe ich, ähm, meine Spitze drin, und hier unten, ähm, alles was so am Proben, also Mascara Proben besser gesagt, dann habe ich hier Lip Balms, ähm, dann noch ein Matte Finish Spray von NYX, also NYX Kiko Brush Cleanser, dann habe ich hier noch, ähm, Lip Liner, Highlighter Stifte, hier habe ich noch Haarspangen drin, dort hinten auch, dann habe ich hier Drogerie Mascara, dann so Jumbo Sticks, also von Kiko mehrheitlich, und noch ein paar von MAC, dann farbige Kajals, hier oben befindet sich, ähm, nochmals Lip Balms, dann so Wimpernprimer, und hier noch schwarze Kajals, Nars Primer, und eigentlich High-End, ähm, ich sag mal, High-End Mascaras. Dann habe ich hier noch Kosmetikbücher von, wie sagt man, Boris Entrup, zweimal und von Essence. Dann habe ich hier eigentlich noch, nur noch MAC Pain Pots und Pigmentum. Hier noch mehr, so Creme Lidschatten, wie zum Beispiel, ähm, Essence, Maybelline, Kiko, Bobbi Brown, P2, dann Estée Lauder habe ich noch. Dann zu guter Letzt habe ich hier noch ein Fach mit so Creme Scrums, auch so Creme Lidschatten, ähm, Kiko Essence, Manhattan, Catrice, P2, und hier hinten sind noch flüssige Eyeliner, und, ja. Dann hier noch zu guter Letzt noch ein Pinsel Set von Cosnova. Die gibt es aber so nicht zum Kaufen. Ja, das war's jetzt eigentlich von diesem Video. Hier oben habe ich eigentlich nur noch Dekosachen, wie Haarbürst und Haarsprays, und unten herum ist eigentlich alles nicht so wichtig oder interessant. Ja, ähm, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat. Ähm, wie gesagt, ich weiss, ich habe sehr viele Produkte, und ich werde das niemals aufbrauchen können, aber ich bin immer wieder dran, ähm, irgendwelche Produkte aufzubrauchen, und ich denke, ich schaffe das auch, wie du in letzter Zeit gesehen hast, sind, ähm, in meinen Aufgebraucht-Videos vermehrt, ähm, dekorative Kosmetik dabei. Und, ja, ähm, ich habe, wie gesagt, auch gross ausgemistet, ähm, die Produkte, so Lidschattenpaletten oder so, habe ich meinen Verwandten und Bekannten geschenkt, und alles andere, was nicht mehr so gut war, habe ich dann weggeschmissen, und mich einfach auf die Sachen konzentriert, die ich, ähm, häufiger verwende, oder auch für Videos, und, ja, ähm, im Moment bin ich sehr unzufrieden mit meinem, ähm, ja, wie es so ausschaut. Ich habe auch immer meinem Mann gesagt, es schaut immer so aus, als hätte ich eine grosse Unordnung, aber ich habe einfach von lauter Platzmangel, musste ich einfach meine dekorative Kosmetik auch hier auf dem Tisch verstauen. Ich hoffe, dass es sich in Zukunft ändern wird, also, diesen Tisch werde ich im Moment noch behalten, vielleicht Ende des Jahres, oder nächstes Jahr, werde ich mir mal nach einem neuen Schminkaufbewahrungstisch, ähm, umschauen, und da werde ich dich dann bestimmt auch mitnehmen, und, ja, wie gesagt, das war es jetzt von diesem Video. Ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat, und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye! Kopfschmerzen Ich bin fast durchgedreht, also, es hat so höllisch weh, ich habe sogar einmal gewacht...